Hallöchen, Hallöchen zusammen! Tja, die Mission HUNO Sanktionen ist auch wieder so ein Ding, wo ich... Kalabalabha! Ich werde jetzt mal einen Rush-Versuch machen. Mal gucken, ob das klappt. Also, ich habe nur eine Basis. Und die muss ich reparieren. Ich kann keine Fahrzeuge bauen. Die Fahrzeuge muss ich möglichst einmal reparieren, damit ich mit denen weiterkämpfen kann. Und ich muss alle Nord-Truppen... Ja, die Übermacht natürlich wieder einmal besiegen. Immer eine Übermacht. Ist ja wohl klar. Sonst wäre es wahrscheinlich wohl langweilig. Weltnachrichten und Kommentare. Sechs wichtige Beiträge übertragen. Boden- und Luftkämpfe zwischen Nord- und GDI-Droiden eskalierten heute, als Nord eine neue Bodenoffensive gegen die afrikanischen GDI-Truppen startete. Wohl als Reaktion auf die jüngsten Etat-Kürzungen bei der GDI. GDI-Sprecher dementierten erneut Gerüchte über Waffentests, an denen auch Laserkanonen im geostationären Orbit beteiligt gewesen sein sollen, die ganze Armeen in Sekunden ausrotten können. Exklusivfotos, die heute aus dem Weltzentrum für Tiberium-Forschung herausgeschmuggelt wurden, belegen ernsthafte ökologische Schäden in Tiberium-reichen Gebieten. Ob diese ungewöhnlichen Auswirkungen auf pflanzliches Leben in irgendeinem Zusammenhang stehen mit den jüngsten Berichten über Tiberium-Vergiftung bei Menschen, das bleibt abzuwarten. Und die Zahl der Toten bis jetzt, die kennt hier noch niemand. Dieses Greg Bredet vor den Ruinen, die GDI-Terroristen übrig gelassen haben vom Santa Bianca-Waisenhaus. Nun schauen Sie nicht so überrascht, Commander. Und suchen Sie nicht nach Ihrer Ewa, die kann Ihnen jetzt nicht helfen. Nun, worüber wollen wir plaudern? Ihre O-so-starken GDI-Truppen sind praktisch entmannt und Sie selbst stehen da als Kindermörder. Natürlich stimmt das nicht. Aber die Welt glaubt nur, was die Medien ihr zu glauben anbieten. Und ich bestimme, was die Medien glauben. Ganz einfach. Ah, Ihr kleines Schusstier wird wach. Aber da ich jetzt weiß, wo Sie wohnen, Commander, ist es nur noch eine Frage der Zeit. Wäre ich an Ihrer Stelle, würde ich meine letzten Stunden auf Erden damit verbringen, nicht zu vergnügen. Natürlich. Sie können stattdessen auch für eine verlorene Sache kämpfen. Aber Sie wissen, es ist vorbei. Feldeinweisung unter Gefechtsbedingungen. GDI-Material in Sektor 18 muss dringend repariert werden. Dieser Auftrag ist von größter taktischer Bedeutung. Starke Notkräfte bedrohen immer noch Salzburg. GDI muss Hauptquartier errichten, um schnellen Einsatz von Entsatzkräften sicherzustellen. Ihr Auftrag reparieren Sie so viele Waffensysteme, gepanzerte Fahrzeuge und Gebäude wie möglich. So, auf geht's. Ich habe schon etliche Versuche hinter mir. Reparatur Luft. Ich mache es mal schick hier. Lassen wir erst mal den Sammler reparieren. Paketenwerfer, die sind ganz, ganz wichtig. Und so stimmen wir nachher raus. Jawohl, breche auf. Jawohl, in Ordnung. Jawohl, zusammenziehen. Breche auf. Jawohl, in Ordnung. Aber beide können es gleich hier stehen bleiben. Breche auf. Können wir den gleich reparieren. Jawohl, zahl. So. Reche auf. Dann sammel mal schön. Und sammel mal schön. Achso, wir brauchen, ähm... Wird gebaut. Ja, wenigstens 20, 20. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, zahl. Bestätigt. Konstruktion fertig. In Ordnung. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Radar haben wir. Dann sehen wir auch ein bisschen was. Als es repariert ist. Kaserne ist repariert. Dadurch wird auch schneller gebaut. Konstruktion fertig. Sehr schön. Wird gebaut. Das läuft schon mal. Jawohl, zahl. Konstruktion fertig. Truppentransporter schon mal weg. Präparatur läuft. Konstruktion fertig. Jawohl, zahl. Wird gebaut. In Ordnung. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Sehr schön. Dann wird ja relativ schnell unser Geld alle sein. Mal gucken, wann die ersten Bösewichte kommen. Mal gucken, wann die ersten Bösewichte kommen. Was sagt der da hinten? Der geht aber hier sammeln. Dann würde der doch schneller gehen. Ah, pleite. Pleite, Geier. Okay. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. So, ähm. Ich würde mal gerne mit... Mit einem Trupp los. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Bereche auf. Jawohl, zahl. Ui. War jetzt schon los. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Artillerie. Jawohl, zahl. Bereche auf. In Ordnung. Konstruktion fertig. Jawohl, zahl. Bereche auf. Wird gebaut. Jawohl, zahl. In Ordnung. oths培 confident. Jawohl, zahl. Schon dabei. Bereche auf. Sofort, zahl. Jawohl, zah. Bereche auf. Jawohl, zahl. Bereche auf. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Bestetig, sofort, zah warst 1969. Bereche auf. Wei einfach, zahl. Bereche auf. In glare, zahl. Jawohl, zahl. Oh, blöd! In Ordnung! In Ordnung! Bestätigt! Jawohl! Bestätigt! Jawohl! Schon dabei! Jawohl! Jawohl! In Ordnung! Breche auf! In Ordnung! Breche auf! Bestätigt! Jawohl! Konstruktion! Breche auf! Breche auf! So, der Arena rüber Bestätigt! Jawohl! Bestätigt! Jawohl! Hier oben ist nicht in Kiste! Schon dabei! In Ordnung! Sehr schön! Sehr schön! Konstruktion! In Ordnung! Konstruktion! Wird gebaut! Oha! Ah! Flammenwerfer! Jawohl! 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 Ja! Jawohl! 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 Aber wir... Jawohl! 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 Die haben schon ein schönes Wort abjektiv hier... Jawohl! Die Kollegen, die Kollegen, dann wird gebaut. Brauchen wir noch was zu tun? Pistake in die Luft? Konstruktion fertig. Bestätigt! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! So, zwei, wer haben wir denn noch? Naja, jetzt kriegen wir Besuch. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Frecher auf! Jawohl, Sir! Bestätigt! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! In Ordnung! Geht klar, Sir! Hinten, da ist kein Fahrzeug bei, damit die geschützt sind. Ja, der Turm schießt auch mit, sehr schön. Na? Wo war die jetzt hin? Wer war das? Das könnte schon reichen. Ja, der Turm schießt auch mit, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, der Turm schießt auch mit, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, der Turm schießt auch mit, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, der Turm schießt auch mit, sehr gut, 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 sehr gut. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Immer noch... ...reicht. Nein, jetzt hängen die ja ohne alle fest. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Recher auf! Jawohl, Sir! Na komm. Gut, 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 gut. Jawohl, Sir! Bestätigt! Jawohl, Sir! Bestätigt! So, versuchen wir es nochmal. Also ich will nicht zur Basis. Die ist hier oben. Ich will jetzt hier einmal rumlaufen. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! WieFickst catsimp morgen ja hinhalten! Genau, die ist immer... Das ist ja gruselig! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! In Ordnung. in Ordnung mit Klasse Dobre, breche auf Bravo Pass das hier ist doch fast ein Jawohl Sir! Jawohl Sir! Sofort Sör! Jawohl Sir! Jawohl Sir! Ach ich war passiert heutzut. Erkunden. Schon dabei! Sofort Sir! In Ordnung! Schon dabei. Ent Klaser Ent Klaser Schon dabei! Schon dabei! Es Klaser Brecher auf Brecher auf... Brecher auf... Brecher auf... Sofort Sir, geht klar Sir. Schon dabei. Breche auf. Geht klar Sir. Breche auf. Geht klar Sir. Jawohl Sir. Jawohl Sir. Jawohl Sir. Breche auf. Jawohl Sir. Jawohl Sir. Sofort Sir. In Ordnung. Einheit verloren. Jawohl Sir. Jawohl Sir. Geht klar Sir. Jawohl Sir. Breche auf. Jawohl Sir. Sofort Sir. Breche auf. In Ordnung. Jawohl Sir. 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 Das ist das Schlimmste, was jetzt passieren konnte. So, nicht sehen Sie das Siberiumfeld hier auf der richtigen Hände. So, nicht sehen Sie das Siberiumfeld hier auf der richtigen Hände. Einheit verloren. In Ordnung. Geht klar, Sir. In Ordnung. Schon dabei. Geht klar, Sir. Breche auf. Breche auf. Breche auf. Breche auf. Breche auf. Breche auf. Geht klar, Sir. Sofort, Sir. Jawohl, Sir. Geht klar, Sir. Geht klar, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Breche auf. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Hey, lass uns mal da oben stehen. Können wir das mal machen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Schön reparieren. Breche auf. Jawohl, Sir. In Ordnung. Breche auf. In Ordnung. Ein bisschen was freischalten hier. Bestätigt. Jawohl, Sir. Breche auf. Bestätigt. Jawohl, Sir. So, dann können wir nämlich schon die Basis ein bisschen ärgern. Jawohl, Sir. Vorsicht. Jawohl, Sir. Breche auf. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. So, wir müssen zurück. Vorsichtig sein, Jungs. Breche auf. Wuuuuh. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Man soll aber schön mal seine Matz verschwenden. Das ist ja schon mal ein sehr guter Satz. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Bestätigt. So, die ruhig da stehen lassen. Dann hat er nämlich keinen Platz mehr, um die neu zu bauen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ah. Ich hoffe mal, dass das... So, die Truppen sind einfach mal oben und bauen uns mal eine neue Truppe zusammen. Die letzten Fahrzeuge, die noch verblieben sind, weil die müssen halt jetzt vielleicht nur mit den Fahrzeugen platt machen. Aber hier gerade, was wir bauen. Wir machen erst mal... So, zehn Schützen und zehn Ruck Zeros. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Hier hinten sind glaube ich auch noch ein paar Panzer. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Aber ich lasse es gerne so stehen. Weil dann kann er nämlich das Flugfeld hier nicht neu aufbauen. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Aber... Herr Kollege, sammeln wir mal bitte da. Konstruktion fertig. Nicht, dass es hier noch Probleme gibt. Wird gebaut. Bestätigt. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Aber hier kommt ja eh kaum einer. Jawohl, Sir. In Ordnung. Konstruktion fertig. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Schon dabei. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. In Ordnung. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Breche auf. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Einheit verloren. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Wo denn? Bestimmt hier, durchs Tiberiumfeld. Wird gebaut. Die brauchen ja nur mal kurz in der Nähe kommen. Gerade der hier zum Beispiel. Ah, tot! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Nein! Jawohl, Sir! Bestätigt! In Ordnung. Jawohl, Sir! In Ordnung. Jawohl, Sir! 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 Jawohl Sir! Jawohl Sir! Nein! Jawohl Sir! Nein! 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 Genau das ist... Ah! Fuck! 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 In Ordnung! Ihn Manni aufgepasst! Ihn Manni aufgepasst! Ja! So, aber ich kann schonmal... ...Bang Bam Bam... ...und hier wird ein Zuhörer wie... ...Mexios... Jawohl Sir! Schon dabei! In Ordnung! Geht klar Sir! Support Sir! Solange der da steht... ...kann ich die KI das Flugfeld nicht machen... Geht klar Sir! Schon dabei! Geht klar! Breche auf! Schon dabei! Schon dabei! Support Sir! Sofort Sir! Schon dabei! In Ordnung! Jawohl Sir! Zweiter Raketensilo... In Ordnung! Support Sir! Breche auf! In Ordnung! Breche auf! Nein! Nein! Das meine ich! Ist ja nur... Ah! Ein Panzer! Habe den Buggy noch und die Artillerie! In Ordnung! Geht klar Sir! Breche auf! Sooo! Dann schauen wir mal... Dann nehmen wir jetzt... Jawohl Sir! Jawohl Sir! Mit diesem Trupp los! Jawohl Sir! Sooo! 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 Jaaa! Hier komme ich auch lerei... Jaaa! Sofort Sir! sla... Jawohl Sir! Jawohl Sir! Jawohl Sir! Jawohl Sir! Mit외iens Jawohl Sir! Jawohl Sir! In klar Sir! Jawohl Sir! In Ordnung! Tiberium Ah, macht sich da aus dem Tiberium raus Nein, nicht den Sammler Einheit verloren Einheit verloren Einheit verloren Einheit verloren Fluchzeuge hinter sich Nein Schon dabei Bestätigt Sofort, Sir Jawohl, Sir Schon dabei Jetzt habe ich den Bauhof hier Kommt verremd Jawohl, Sir So, dann ist der Bauhof auch erledigt Quatsch, das brauche ich da ja nicht Oh, Luftangriff Hm Ne, dann baut er wieder neu War ich mal nicht Zieltäle So Hahaha Jetzt kriegst du mal einer hier auf den Lat Zipper Lat Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Oh, ist das nicht mehr, oder? Einheit verloren Wird gebaut Einheit verloren Konstruktion fertig Jawohl, Sir Wird gebaut Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Wird gebaut Jawohl, Sir Jawohl, Sir In Ordnung Einheit verloren Konstruktion fertig Jawohl, Sir jawohl, Sir Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Einheit verloren. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Wird dabei. so dann haben wir ja keine fahrzeuge großartig gebraucht hier so der wissen ja nicht mehr was er machen soll so dann gucken wir mal wo noch was rumsteht hier hinten müssen noch ein paar gebäude sind sowas ja wohl ja wohl ja wohl ja wohl ja wohl Jawohl! 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 Set klar, Sir. Entordnung. Schon dabei. Breche auf. Set klar, Sir. Einsatzziel erreicht. Alle dicht. Ha! Sauber. Wunderbar, 29 Einheiten verloren und 130 habe ich. Erledigt. Super. Ha. Wunderbar, wunderbar. Ein Träumchen. Sind wir wieder einen Schritt weiter. Es ist natürlich sehr befriedigend, wenn man es dann doch irgendwann schafft. Ja, und sehr frustrierend, wenn man das ewig nicht schafft. Aber jetzt soll ja auch nicht zu leicht sein. Alles gleich hin. Gut, Leute, dann sind wir hier durch und machen morgen Dr. Möbius. Bin ich ja mal gespannt, was uns da erwartet. Also, bis denn. Bin ich ja mal, bis denn. Bis denn.